Ein guter Krystal-Ball wird meine Macht reduzieren. Ein mächtiger Lich ist in der Nähe. Er kann eine Krystal-Ball haben. Ich habe immer die Magier, die Leben aufhören, nachdem sie sterben. Schwertchen wäre nicht schlecht. Ja, der Banner. Komm, der Banner ist wertvoll und mächtig. So. Ich will aber trotzdem noch die Ressourcen aus dem Räuberlager da drüben haben. Okay, mit einem Troll-Lykaner können wir es aufnehmen. Und dann mit einem Troll-Lykan-Tropen. I'll leave bones for the hyena. I'll leave bones for the hyena. My troops are under attack. I'll leave bones for the hyena. Faster, faster. Cut them down. I'll leave bones for the hyena. So, und ich denke mal, solange der Nekromant keine Skelette beschwört, sollten wir auch gut dabei sein. Eine Wissensschriftrolle und jede Menge Gold. Und da sind die Briganten, die wir töten sollen. 工夫,の Roe. Sack, schlafen. Sack, schlafen. Sack, schlafen, schnafen. Ja, fl ama. Das ist ein strach. Jetzt schlafen. Sack! Sack, schlafen. Vorbows, vorwij. Also ja, hier sind zwei Brigantenlager. So, vergiften wir die mal. Die sind immer noch Feinde. So, da ist das Hauptbrigantenlager. Hier haben wir erstmal eine normale Brigantentruppe. Meine Truppe sind unter Attacken. Ein Heidrank. So, da ist das Hauptbrigantenlager. Ja, das hier kann man doch ein bisschen auswählen. Okay, braucht was aus einer Suftbehausung und Steine zum Wachsen. So, dann vergiften wir mal den Vagabundmagier. Und hauen ihm die rüber ein. Auf die Org-Art. Ich lasse die Hüene für die Hyäne. Juhu! 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 Juhu fezzer, yetiester, ieltzer! Also ja, Holz und steine zum wachsen haben wir. Mehr als genug. Und zum verkaufen. Was? Und wirklich, wir? Was? Und wirklich, wir? Und ja, wenn wir die Stadt aufgequältet haben, können wir uns da auch mal einen Schamanen holen. Einfach, weil es doch ein bisschen nützlich ist, einen Fernkampfmagier zu haben. Und da wir unsere Magier ja eh schützen. Also unsere nächsten beiden Punkte gehen mal in Diplomatie, damit wir einen Magier und zwei Kämpfer-Trupps haben können. So, die Stadt ist gewachsen. Wir verkaufen jetzt mal ein Teil von dem Zeug, was wir haben. Aber wir halten so 150 zurück, so. Euren... ...einen Schamanen an. Kaufen eine Heide und ich. Also ja, es sind zwei Grüfte hier. Da ist eine Sumpfgrüfte und ich glaube, das ist noch ein Brigantenlager. Okay, du kannst vergiften. Äh, keine Ahnung, wo die Wölfe schon wieder herkommen. Die sind nun mal noch befeindet. Die haben gerade keine neue Aufgabe für uns. Juhu! Wo hängt der jetzt schon wieder? Ach, da. Faster, 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 faster! Es ist jetzt nicht euer Ernst. Juhu! Ah, jetzt hat er sich losreißen können. Gott sei Dank. Juhu! Juhu! Faster, faster! What? Let's go! Into pieces! Yes, with pleasure. Personally, die. Okay, noch eine Heilung für meine Kämpfer. Kommen wir noch an das Zeug da drüben ran? Hier sieht fast nur noch aus. Diplomatie. Der nächste Punkt geht auch wieder in Diplomatie, dass wir einen zweiten Trupp Kämpfer holen können. Die brauchen zum Wachsen wieder Hilfe. Oh ja, das kriegen wir hin. Die brauchen aber auch den Stahlpanzer von hier. Die Grabstätte und die Sumpfgruft sind hier. Und hier ist natürlich der verlassene Friedhof. Ist viel schöner, wenn man jetzt sehen kann, was der Gegner so hat. Äh, wo ist unser Scharmade da? Also eine Sumpfkumpf ist immer noch gar Stich. Wird so viele Zombies? Aufkommen aus! Kommen Sie mit Knochen? Cut them down. Cut them down. So. Goldstahlpanzer. Holz und Steine. Mit Giftung mal. Ich würde mal sagen, um den Rest kümmern wir uns beim nächsten Mal. Wir speichern jetzt nämlich hier. Das ist jetzt ... Ne, nicht 14, oder? Doch, das müsste 14 ... Ich hab doch auf 14 gespeichert schon, oder? Scheinbar nicht. Let's ... Hey ... 14, speichern. Und da gibt es jetzt einen Cut. Also ... Bis gleich. Bis gleich.